Geht's dir gut? Ja. Alhamdulillah. Du weißt, was wir heute mit dir vorhaben? Ja. Wie bist du darauf gekommen, den Islam anzunehmen? Mein Partner ist seit Geburt, also der ist mit dem Islam aufgewachsen. Ja. Und wir kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren. Und ich habe mich auch seit über zehn Jahren schon immer damit beschäftigt, immer das Interesse dafür gehabt. Und dann habe ich mir jetzt im Dezember, am 1. Dezember, habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Guter Gedanke. Ja. Alhamdulillah. Also bist du überzeugt vom vollsten Herzen? Auf jeden Fall, ja. Alhamdulillah. Dein Partner war so ein bisschen ein Motivator für dich, dass du auch den Islam annimmst? Ja. Also er legt schon Wert darauf, dass du auch, Alhamdulillah, in das Paradies kommst und dass du nicht ein etwas anderes Ende erfährst, Inschallah. Genau, auf jeden Fall, ja. Alhamdulillah, Valentina. Das heißt, es gibt Gutes in deinem Partner und Inschallah, möge Allah euch dann zum Guten verhelfen, dass ihr das Ganze erlaubt macht, auf dass ihr den Segen von Allah bekommt. Amin. Ja. Dann sprich mir nach, Valentina, damit wir dich auch nicht zu sehr belasten. Wir sagen das erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Ja, okay. Das heißt, es hilft, es hilft, es hilft, es heilt, es hilft, es heilt, es hilft, es heilt, es hilft, es heilt, 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 dann sagen wir das ganze auf deutsch ich bezeuge dass niemand mit recht und wahrheit angebetet werden darf und ich bezeuge und ich bezeuge dass mohammed das mohammed sein gesandter ist sein gesandter ist und dass jesus sein gesandter ist das war das beste was du in deinem leben machen konntest valentina und ich sage dir vom offenen herzen und als jemand der die ein guter ratgeber ist aber hat dich nur zu diesem schritt geführt damit er dir nicht das antut was viele leute leider erfahren werden weil sie zu stolz sind aber anzubeten obwohl er sie erschaffen hat und daher behalte diesen moment im herzen und denke immer daran du wirst immer mit guten und schlechten zeiten leben aber welche zeiten auch immer du wirst immer an der brauchen von allah erfreut sich wenn sein diener sich ihm zu widmet und wenn er niemanden anruft außer allah subhanahu wa ta'ala und so wirst du alle schwierigkeiten überwinden und zum schluss wird allah dir für deine geduld das ewige paradies geben ist das ein angebot alhamdulillah das freut mich sehr valentina bitte bleiben mit uns in kontakt denn du wirst noch einige schönes von uns bekommen denn eine frau die sich unterwirft und an niemand anderen glaubt außer am war und die aber lief so ist das für uns auch eine große freude und wir würden uns gerne erkenntlich zeigen dass wir dir auch was zu schicken valentina ok alhamdulillah und ab jetzt hoffe ich dass wir dann das ganze was ihr früher nicht so richtig in ordnung gemacht habt korrigiert und jetzt mit dem segen allahs heirateten schaden das machen wir alhamdulillah das freut mich und deine tränen bekommen inscha allah dass du das ganze nur für allah gemacht hast möge allah es von dir annehmen es sind tränen der freude ist valentina das ist einfach dass allah in dem moment alles schlechte hinweg nimmt und einem die tür zu der freude zu der tatsächlichen freude öffnet und diese tränen sind besser als die tränen vom falschen dass man irgendwann nicht mehr die chance hat dieses wieder gut zu machen alhamdulillah die hier schon in dieser welt diese möglichkeit gegeben dass du bei ihm bist handel und wir danken dir für alles valentina möge allah ich segnen und euch von einem schlechten übel abwenden und möge allah euch beiden das paradies geben an mich danke salam alaikum valentina wir sagen immer assalamu alaikum